Digga, was meint ihr, was ich auch mit dem Team anstellen würde? Ich sag's euch. Ey, 23 Siege mindestens. Mindestens, Digga. Ich wette die Weekend League. Ich wette die alle. Wir werden mit 10-0 rein starten am Freitag. Morgen 10-0, Chat. 10-0, hier. Der gibt mir die Hand. Gib mir die Hand. 10-0. Niemals am Freitag. Okay. Werden wir sehen. Schade, dass die Weekend League jetzt noch nicht geht. Ich würde jetzt 10-0 holen. Scheiße, Alter. Ich bin so gefreut, Alter. Digga, Mann, wie kann ich das verlieren? Unmöglich! Ich war so besser als der. So besser! Was ist mit einer Stimme los? Ey. Guck dir das an, Alter. Oh, der ist doch Wichser! Mann! Ehrlich. Das ist so eine Verarschung. So eine Verarschung. Das muss... Dann morgen. Ich krieg den Ball nicht! Digga, was ist das? Ich krieg den Huch... ...nicht, Mann! Ey. Oh, drei, Leute. Bis morgen. 23 Siege mindestens. Mindestens. Digga. Sorry. Diese Menschen... ...sagt man... ... ... ...